Liebe Geschwister, ich grüße euch heute bei Kinoabend. Ich werde einiges wieder verlinken, so könnt ihr das für euch noch ein bisschen recherchieren. Viel Spaß! Ohne über die schwerwiegenden Folgen nachzudenken. Hast du nun Donut oder nicht? Sofort, du musst nur unterschreien. Vorsicht, heiße! Wer ist der Typ mit den Ziegenbeinen? Hat ein schneidiges Auftreten. Der Fürst der Finsternis hat um elf einen Termin bei ihm. Und vergiss nicht, sobald du ihn aufgegessen hast, gerührt mir deine Seele. Ja, es ist ganz interessant. Ich hoffe, ihr könnt auch die Zusammenhänge irgendwie erkennen. Ja, diese Artikel werde ich auch verlinken. Und ich wünsche euch gottesreiche Segen und einen schönen Abend noch.